Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Resident Evil 5 und ich bin natürlich nicht alleine. Mit mir dabei ist die Sheva alias Windprinzessin. Hallöchen! Ja, wir haben es jetzt, das habt ihr jetzt leider nicht gesehen, wir haben den Boss jetzt besiegt. Wir haben einfach mal in der Zwischenzeit uns stärkere Sachen mitgenommen. Sprich, die Windprinzessin hat einen Raketenwerfer mitgenommen und dann lag er sofort. Das war wahrscheinlich verbuggt in der letzten Folge, dass er einfach nicht gestorben ist. Aber es ist nichts passiert. Er ist umgefallen und dann war Kapitelende und jetzt sind wir hier im Hauptmenü. Ihr habt nichts verpasst, nur halt, wie er umgefallen ist. Genau, wie ein nasser Sack. Genau, und jetzt, ach, ich habe mir eine neue Magnum gekauft, das konnte man gerade bei mir sehen. Ähm, die hat ein bisschen mehr Wumms als die alte. Hat aber 30.000 gekostet. Mal gucken, wie die ist. Was ist das? Was ist das, was sie sagt? Sie ist nur ein Terrorist, Ende der Geschichte. Wir können nicht riskieren, Uroboros rauszukommen und infektieren Menschen. Dann gehen wir, take care of business. Yay, take care of business. Ich habe diese Tür, diese Abzweigung verpasst. Rotflinten-Munition für dich. Ich muss dich erst mal finden. Hm. Ähm, hier genau. Da hinten. Oh, hier sind ja Röntgenbilder. Oh nein. Ja. Oh nein. Oh doch. Na gut. Okay. Oh nein. Gebrauchsanweisung für den Umgang mit dem Uroboros-Virus. Oh nein. Das sind zwei Zettel, die ich da sehe. Achtung. Diese Gebrauchsanweisung enthält wichtige Hinweise für den korrekten Umgang mit dem Uroboros-Virus. Der Gebrauch des Virus zu Zwecken, äh, der Gebrauch des Virus zu Zwecken, die nicht in dieser Anweisung aufgelistet sind, kann zum Tod führen. Die Verabreichung des Virus an einer Versuchsperson führt in der Regel zum Tod derselben. Die Versuchspersonen sind also mit Bedacht auszuwählen. Beim Gebrauch des Virus sind die hierhin enthaltenen Anweisungen genauestens einzuhalten. Die Dosierung ist abhängig vom Körpergewicht der Versuchsperson. Siehe folgende Tabelle. 60 Kilogramm oder mehr, eine Flasche. 40 bis 60 Kilogramm, zwei Drittelflasche. 20 bis 40 Kilogramm, eine halbe Flasche. 20 Kilogramm oder weniger, eine Drittelflasche. Nach der Injektion des Virus können bei der Versuchsperson folgende Symptome aufzählen. Schwitzen, schwerfälliges Atmen, Delersium und oder Verwirrung. Im Körper der Versuchsperson erkennt das Virus dessen DNA und passt sich ihr an. In dieser Phase geht das Virus in einen Ruhezustand über. Nach der erfolgreichen Anpassung an die DNA beginnt das Virus mit der Assimilierung organischer Materie aus seiner unmittelbaren Umgebung, die dem Wachstum dient. Die unmittelbare Umgebung einer fehlgeschlagenen Verabreichung ist extrem instabil. Forscher sollten die Gegend in der Nähe der Leiche der Versuchspersonen evakuieren und den Leichnam verbrennen. Das Virus verwandelt die inneren Körperzellen der Versuchspersonen in ekelartige Pusteln, die durch die Haut ausgestoßen werden und dabei das Testobjekt komplett verzehren. Dieses Wesen weist nur primitive Intelligenz auf und ernährt sich ausschließlich von organischer Materie. Einzelnen Stellen, die pusteln, keine Bedrohung dar, aber in größeren Mengen werden sie für andere Lebewesen zur Gefahr, indem sie versuchen, sich von diesen zu ernähren. Das Virus ist mit äußerster Vorsicht zu behandeln. Wenn sich das Virus nicht an die DNA der Versuchspersonen anpasst, ist dies umgehend der zuständigen Abteilung zu melden. Wenn das Virus von der DNA der Versuchspersonen ausgestoßen wird oder Komplikationen bei der Entsorgung der Leiche auftreten, wenden Sie sich bitte an den Anhang ausgeführte Abteilung. Sie werden dann Anweisungen zur Bewältigung der Situation erhalten. Vielen Dank. Ja. Oh, Schutzgewehrmunition. Ja, genau. Kann man das kaputt machen hier? Nee, okay. Das war ein Versuch wert. Eine Kugel verschossen. Ja, ich komm ja schon. Bin ja schon da. Ich folge. Wie ein Hund. Nur ohne Leine. Go, ja. Ich lauf'n Ball hinterher. Ich apportiere. Bin ja schon da. Sehr schön. Immer diese Spielchen. Ich finde es immer schade, dass man diese kleinen Dinger hier zwischendurch nicht lesen kann, weil es immer viel zu schnell geht mit den Laden. Ja. Oh nein, ich merke schon, hier kommt eine Schlange. Doch nicht? Wo soll die Schlange auch herkommen? Was für ein Quatsch. Rotfiltmoni. Okay. Was kommt jetzt? Ich weiß nicht, aber hier ist eine Tür. Ach, wieder Leute. Oh nein. Oh. Ist da noch jemand? Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Hallo? Ich seh' niemanden. Ach, da ist noch jemand. Rät aber auch aus. Schießt du die ganze Zeit oder schießt jemand zu uns? Ich schieße. Aber der hat so unnormal viel ausgehalten. Das war halt ein ganz besonders starker. Oh, hier sind noch eine Tür. Ja, war ja. Die Betonung liegt auf wahr. Richtig. Geld. Geld, Geld. Regiert die Ur-Boros-Welt. Oh ja. Es geht auch hier sowieso nur um Geld. Und die Weltherrschaft. Oh, hier sind Elektrogranaten. Die kann ich leider nicht nehmen. Oh, hast du alle getötet? Ja. Merkst du, so ruhig hier auf einmal. Waren aber bestimmt nicht die letzten, denn... Nee, ich höre schon wieder welche. Oh nein, da kommt auch noch so ein... Vieh? Vieh, ja. Oh, 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 oh. Daneben gezielt auch noch. Oh nein. Habe ich da nicht eben einen gesehen? Jetzt kommt da so ein Vieh. Wo sind sie denn? Ich verpasse ja wieder alles. Falsche Richtung, falsche... Wo bin ich denn jetzt hier? Ach da. In der Zwischenzeit. Hast du das Vieh getötet? Ja. Weiß aber nicht, ob das das einzige Vieh ist. Es könnte sein, dass da bei der Tür noch eins kommt. Oh, ja. Okay, das ging ja. Ich wollte sagen, die sind eigentlich gar nicht mal so schwer. Ich habe aber leider... Moment, Moment, Moment. Ah, ne, ich kann keine Munition nehmen, leider. Ich kann gar nichts nehmen. Okay, ich habe irgendwas aktiviert, was wir gleich brauchen. Ah, also so eine Plattform mit, wir rüberkommen, aber ich verstehe. Gut. Kann ich hier irgendwas nehmen, ja. Oh, was ist das denn schönes? Oh, das wäre... ...atwas Neues, was ich gebrauchen könnte. Hm. Kann ich, ich bin voll. Kannst du mir Maschinengewehr-Munition geben. Oh, ich habe Maschinengewehr-Munition. So, was habe ich denn noch hier? Jippie. Eigentlich schade um das Zeug, aber wir haben einfach keinen Platz mehr. Ja, ich glaube, ich muss auch das nächste Mal mehr da lassen. Mehr zu Hause lassen und dann... Ah. Coca-Cola. Oh nein, Dickie. Okay. Dickie ist dead. Dickie ist dead. Haben wir nicht noch... Hier nicht irgendwo oben ein Emblem, wenn ich das richtig in Erinnerung habe? Hier weiß ich es nicht. Ich glaube, ab hier habe ich das mit den Emblemen nicht mehr im Kopf. Lass mich mal rüber. Sollen wir jetzt auch wieder welche? Ach, da hinten. Ach, ich kann sie natürlich von hier aus nicht sehen. Aber hinter dir. Dankeschön. Da fühle ich mich wieder ganz stolz in meiner Schaf... mit meinen scharfschützen Herzen. Ja, ich glaube, sonst ist hier nichts weiter. Dann lasse ich die Plattform mal rüber. Mensch, Dickies Leiche liegt ja auch noch hier. Da fahre ich ja nicht alleine, dann ist ja schön. Du weißt, du darfst gerne, geht doch. Boah, das muss quietschen hier. Also wenn es in echt so wäre, ich glaube dann... Ja, das ist ziemlich unangenehm. Ja. Och, da kommt... Oh, ne, da ist einer mit Raketenwerfer. Ja, ich sehe ich gerade. Oh, oh. Wo ist er denn? Ich schieße ihn ins Bein. Er ist gut. Oh, das ist aber noch einer mit Raketenwerfer. Wo denn? Wo denn? Der hat jetzt keinen Kopf mehr. Okay. Ohne Kopf kann er bestimmt nicht zählen. Die Klang war so ein bisschen nach einem Hund. Ein wenig, ja. Ach, da kommt ja noch jemand. So ein Wigelkopf, ja. Ich hatte jetzt auch ein ganz klein bisschen Angst. Nur einen Moment. Oh, da ist der Raketenwerfer, Mann. Das hat man eben auf der anderen Seite unterwegs. Oh! Ach, der tot eigentlich? Ich konnte jetzt gerade nicht sehen, ob er gefallen ist oder nicht. Aber sieht so aus. So, jetzt eile ich dir zur Hilfe. Hinten die Seite ist Kier. Oh! 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 Aua! Hör auf! Das sah aber sehr liebevoll aus von dir. Ja. Ich hab's versucht. Eine königliche Kette. Hier ist noch Kraut. Ich kann's nicht nehmen. Das ist... saurig. Ich kann es gleich nehmen. Ich geh mal kurz hier den... Ach, ich könnte uns aber sowieso mal heilen. Dann hab ich ein bisschen Platz. Gleich, wenn du wieder da bist. Dann heile ich uns mal. Ja. Dankeschön. Ja, ich kann ein Scout auch gar nicht nehmen. Und jetzt müsste... Ja, jetzt kann ich das wieder nehmen. Jetzt hab ich wieder ein bisschen Heilung üblich. Eine Notiz zum Arbeitsplan. Mit diesen Informationen können wir nichts anfangen. Oh, wow. Wir können mal die zwischenzeitlichen Dinge mal nicht lesen. Schade aber auch. Ein Dokument. Ja, Dokumente! Ja, Bericht zur Durchführung der Anweisung zur Verhinderung von Informationslecks. Weiter. Im folgenden Bericht ist die Ausführung ihrer Anweisung beschrieben. 8.53 Uhr. Das Forschungspersonal besteigt einen Bus. Wow. 8.57 Uhr. Abfahrt von der Forschungseinrichtung in Richtung Flughafen. 9.22 Uhr. Schlafgas freigesetzt. Zielperson ins Koma gefallen. 9.25 Uhr. Bus angehalten. Zielperson zur Eliminierung nach draußen geschafft. 9.44 Uhr. Eliminierung der Zielperson abgeschlossen. 11.03 Uhr. Leichen der Zielperson eingeladen und zurück zur Forschungseinrichtung gebracht. 11.35 Uhr. Leichen samt persönliche Gegenstände im unterirdischen Ofen entsorgt. 13.10 Uhr. Entsorgung der Leichen und persönliche Gegenstände abgeschlossen. Alle Anweisungen erfolgreich ausgeführt. Ende des Berichts. Toll. Okay. Also quasi... Das war jetzt super interessant. Genau. Was sie halt so mit den Personen machen, die hier so verschwinden. Verbrennen. Okay. Sheva! Sheva! Ich bin da. Ich bin schon da. Alles gut. Chris ist immer der Ungeduldige. Der kann nicht eine Sekunde warten. Ja, ich merke das schon. Was liegt denn hier an Kraut? Na toll. Ich kann nichts nehmen. Es ist so schade. Es ist schade, dass man das nicht automatisch vielleicht so ein bisschen kombinieren kann. Oh nein. Ich weiß auch, was jetzt gleich kommt. Ich... Äh, ich auch. Ja, das ist gut, dass du so einen Scharfschützengewehr dabei hast. Ich hab nämlich keins dabei, weil ich so... Okay. ...vorhersehend war. Alles gleiche. Aber nur noch 14 Munition. Also naja, geht so. Ich weiß auch, wo das Emblem hier in dieser Mission ist. Auf dem Kreis in dem Leben. Oh, das ist gut. Brauchst du eigentlich noch Munition dafür? Oder hast du gar kein Gewehr mit? Ich hab kein Gewehr dabei. Achso, okay, alles klar. Ich glaube, ich sollte lieber mal die Magdum weglegen in der nächsten Mission und dann auch vielleicht ein bisschen weniger Zeug mitnehmen. Wäre von Vorteil. Okay. Ja! Der steht immer nebeneinander und der schreit einfach mal. Hurry! Okay, du kümmerst dich also um die anderen und ich kümmere mich um die. Also du weißt schon. Obwohl ich sehe noch überhaupt keinen. Was ist doch da? Tja, aber ob ich da jemanden triff, das ist jetzt so die Frage. Ich hab das immer gehasst hier. Ich würde sagen, mein Spiel in dem Spiel ist okay, aber hier bin ich miserabel. Oh, jetzt werden wir erstmal langsamer gemacht. Oh, langsamer. Das ist schön. Für die? Yeah, ich hab einen getroffen. Aber ich glaub nicht, dass er tot ist dadurch. Wo sind denn die alle nochmal? Sind die nicht irgendwo... Ach, da in diesen komischen Dingern drinne. Oh. Chris? Aber die machen ganz gut Schaden. Danke. Wo ist das denn jetzt? Da. Boah, daneben. Ich treffe nicht. Wir hätten mal tauschen sollen. Oh, nee. Nerven da unten. Ich werde sie jetzt erstmal ausschalten. Aber du stehst neben mir und dann geht's. Ich sag dir, Zöffel, überhaupt nicht. Das ist ja echt so Mäuse melken. Ja, das ist ziemlich nervig hier. Muss man die töten? Oh, ich hab einen. Wow, ich hab einen getroffen. Und das Emblem hast du getroffen. Ey, cool. Hab ich nicht mal gesehen, das Emblem. Ja, das ist, äh... Direkt hinter dem muss das ja dann gewesen sein oder so. Ja, das liegt auf dem Boden davon quasi. Du könntest quasi nachher von oben runterschießen, was kaputt schießen. Das ist jetzt schon erledigt. Das dreht einfach zu schnell. Ja, es ist irgendwie unmöglich. Muss man einfach nur durchhalten oder... Ja, wir müssen halt quasi nach oben kommen und dabei immer gucken, dass die Schalter wieder aktiv sind. Na ja, gut, dann... Dann laufen wir einfach ein bisschen. Jetzt macht er es wieder aus. Und wie werden die Schalter aktiv? Was müssen wir jetzt? Alter! Ey, nein! Habe ich ihn getroffen? Ach, den habe ich zumindest getroffen. Ich finde, die hätten das zumindest so machen sollen, dass sich das komplett dann anhält. Ja. Das wäre wohl zu einfach gewesen. Haben sie sich gedacht. Wahrscheinlich. Warum einfach, wenn es auch schwer geht? Ist ja sonst viel zu langweilig. Richtig. Ich habe noch fünf Schuss. Oh, nein! Getroffen. Wunderbar. Puh! Auch da oben sind wir auch jetzt angekommen dann. Da ist es ja. Da kommen ja auch noch welche dann, ne? Glaube schon. Von da oben irgendwo. Boah, ich kriege hier total den Drehwurm, wenn ich immer mich drehe und sich das dann mitdreht. Ja, am besten ist es hier, sich einfach gar nicht dagegen zu wehren und einfach nur stehen zu bleiben. Genau, wir wehrten uns nicht. Sonst kriegst du hier echt, da kommen sie. Oh Gott, das sind sogar richtig viele. Na, aber wenigstens hält es jetzt gleich an. So, ist doch schon alles viel besser jetzt. Oh, ich glaube, meine Zielsicherheit in dieser Mission wird grottenschlecht sein. Bei mir auch nicht. So, allein schon mit der Maschinen gewählte Schüsse daneben gefeuert. Krass, das ist eben explodiert. Warum das denn? Komm mal zu mir. Heile uns mal. Ja, wir haben es geschafft. Wow. Oh, da ist doch noch irgendwo jemand. Ja, irgendwo unten. Ach, da unten ist er. Achso, du tötest ihn schon. Okay. Er ist tot. Cool. Ach, da ist noch irgendwo jemand. Ja, noch weiter unten, da kommen wir aber nicht ran. Ist so tief. Dann lassen wir ihn. Gut, der nächste Abschnitt. Aber ich würde sagen, diesen machen wir wohl erst in der nächsten Folge. Weil wenn ich so auf den Timer schaue. Genau. Ja, könnt ihr auch gerne die Sicht von der Windprinzessin sehen. Link wie immer unten in der Beschreibung. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Resident Evil 5. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss.